Grüß euch, ich bin der Spangler Franz, ich möchte euch auf meinem neuen YouTube-Kanal herzlich begrüßen und ich möchte euch einige Tricks zeigen, wie man bestimmte Sachen wie eine Regenwasserklappe richtig einbaut. Das Problem ist immer, in den Filmen sieht man das hier, die Dinge passen nicht zusammen, man muss sich da helfen können und das zeige ich euch, die Tricks zeige ich euch. Oder wenn man richtig zum Rinnenboden, aber doch wie nicht auf dem Kopf. Das zeigt euch gar keiner richtig. Ich zeige euch. Ich werde euch auch zeigen, wenn man den Rinnenhaken richtig geschluckt. Dass das passt, zeigt euch gar keiner richtig. Ich zeige euch. Ich werde euch die Videos jetzt nacheinander in YouTube einstellen. Jetzt werde ich euch aber meine Werkstatt vorstellen und wie ich arbeite. guckere�� Da seht ihr mal, alt Spangler Werkzeug, mit dem haben die Spangler früher so mal gearbeitet. Manche Werkzeuge werden in ähnlicher Form sogar heimt nachher genommen. Da sind verschiedene Materialien, Bleche auf Rollen, der Spangler arbeitet hauptsächlich mit Blechrollen, weil er da wirtschaftlicher zuschneiden kann. Da ist meine Werkbank, auf dieser Lüte Schwarz. Das sind Arbeitsproben von der Meisterprüfung. Die habe ich hier aufgehängt, damit man sie ein wenig anschauen kann. Das ist meine 4 Meter Abkantbank, hydraulisch mit Rollenschere. Das ist ganz wichtig, weil man dadurch auch längere Teile abkanten kann. Das ist eine 2 Meter Abkantmaschine. Mit der kann man Bleche bis 2 Meter in verschiedenen Winkeln, ob Draufbleche, Kamineinfassung, Kaminverkleidungen, werde ich in einem eigenen Video vorstellen. Die Videos, wie man die Sachen montiert, werde ich in den nächsten Wochen bringen. Ich hoffe, dass ihr meinen Kanal abonniert und vielleicht gebt mir ein Like, dass ihr die Videos gezahlt habt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.